Hallo meine Friendos und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war ja in letzter Zeit ziemlich inaktiv. Ja, letzter Zeit. Das hatte verschiedene Gründe. Einer davon war, ich habe die ganze Zeit vorher in einer Einraumwohnung gewohnt gehabt, hatte zwei Katzen, eine Freundin. Da war einfach nicht der Platz da, um für sich in Ruhe mal ein Video zu machen. Diesen Platz habe ich jetzt aber aktuell, da ich umgezogen bin in eine Dreiraumwohnung. Da kann ich auch mal in Ruhe ein Video machen. Das heißt, es werden jetzt eventuell öfter Videos kommen. Eventuell, darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Man hört vielleicht aktuell, dass es noch ein bisschen schallt in diesem Raum. Das wird sich definitiv noch ändern, in zukünftigen Videos später aber erst. Und an sich wird sich noch ein bisschen was an der kompletten Kanalführung hier ändern. Ein weiterer Grund, warum auch in Zukunft vielleicht relativ wenig noch Videos kommen werden und auch dieses Video relativ kurz gehalten wird, ist, dass halt mein Computer einfach nicht der beste ist aktuell. Ich werde mich jetzt demnächst um kümmern, mehrere Teile aufzutreiben, den aufzurüsten, pipapo, dass auch wieder öfter Videos kommen können. Bis dahin werden vielleicht so ein Video pro Woche mal gucken, wie ich Lust und Laune habe und wie ich es schaffe und wie mein Computer das schafft. Aber was ich aktuell auch noch mache, ist streamen und das fast täglich. Momentan stream ich wirklich täglich, so zwischen 20 und 21 Uhr, so circa eine Stunde immer. Kann auch mal eher passieren. Wer da gerne mal reinschauen möchte, Link habe ich unten in die Beschreibung getan. Und würde mich auf jeden Fall freuen, mal ein oder anderen von euch im Stream zu sehen. Kann sich ja ein bisschen unterhalten. Auch mein Stream sieht aktuell noch ein bisschen leer aus und ist auch nicht die beste Qualität. Kam jetzt auch aktuell schon mal vor, dass der mittendrin abgebrochen ist. Wird sich in naher Zukunft dann auch alles ein bisschen ändern. Und auch in meinem Stream schallt es aktuell noch ein bisschen, also nicht die beste Soundqualität vorhanden. Aber auch darum wird sich relativ zeitnah dann gekümmert. Größere Projekte, wie ich sie aktuell vorhabe, werden noch eine Weile auf sich warten lassen. Weil größere Projekte sind auch größere Schneidarbeit. Und wie gesagt, der Computer von mir ist aktuell einfach nicht der beste. Das dauert noch eine Weile. Wird aber kommen. Ich denke mal, das erste größere Projekt, in Klammern größer, wird dann spätestens in einem Jahr kommen. Wenn nicht sogar früher. Das nächste Projekt, was ich machen werde, was wieder ein bisschen größer sein wird, ist ein weiteres alternatives Musikvideo von Freakzau. Denn da habe ich schon so zwei, drei im Kopf. Ein ganz großes, was höchstwahrscheinlich eine ganze Weile noch dauern wird, bis es überhaupt anfängt, ist eine Fanfiction von Disneys Große Pause. Die habe ich im Internet gefunden, wird dann aber, wenn das Video kommt, nochmal alles in der Beschreibung stehen. Vielleicht mache ich auch vorher nochmal ein Video extra dafür, oder ich mache in Mach hinein nochmal ein Video extra für diese Fanfiction. Die wird, glaube ich, in Kurzfilmlänge sein. Und ja, viel mehr ist dann dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Aktuell im Stream spiele ich Pokémon Legenden Arceus. Falls jemand sich damit auch mit auskennt, kann er ja gerne immer mal reinschauen und sein Selbst dazugeben. Ich will das Video jetzt auch nicht groß in die Länge ziehen. Das wird wirklich nur ein kurzes Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wann wieder ein Video kommen wird, kann ich nicht genau sagen. Weil ich habe mit den ganzen Stream-Setup und sonstigen Zeug und alles immer noch ein bisschen die Hände voll. Denn ich kenne mich mit Twitch und allem drum und dran gar nicht aus. Da muss ich mich jetzt erstmal reinfuchsen. Dann war es das erstmal und bis zum nächsten Mal, Leute.